Die Wahl zur 19. bremischen Bürgerschaft fand am 10. Mai 2015 statt. Die bremische Bürgerschaft ist das Landesparlament des Zwei-Städte-Staates-Freie-Hansestadt-Bremen. Die stadtbremischen Abgeordneten bilden in der Regel die Stadtbürgerschaft, die kommunale Volksvertretung der Stadtgemeinde Bremen. Außerdem wurden in der Stadt Bremen die Beiräte und im Bremmerhafen die Stadtverordnetenversammlung gewählt. Wahlberechtigung Wahlberechtigt zur Wahl der Bürgerschaft ist jeder Deutsche, der seit mindestens drei Monaten seinen festen Wohnsitz in Bremen hat. Das Alter für die aktive Wahlberechtigung beträgt seit der letzten Bürgerschaftswahl 16 Jahre. Das passive Wahlrecht wird mit dem Erreichen der Volljährigkeit erlangt. Bürger aus Mitgliedstaaten der EU sind nur für die Wahl zur Stadtbürgerschaft und zu den Beiräten zugelassen. Daher kann die Stadtbürgerschaft in Bremen anders zusammengesetzt sein als der stadtbremische Teil des Landtags. Das ist nach der aktuellen Wahl wie in der 16. und 17. Bürgerschaft wieder der Fall. Wahlsystem Die Städte Bremen und Bremerhaven bilden zwei getrennte Wahlbereiche mit verschiedenen Wahllisten und separater Anwendung der 5%-Hürde. Eine Partei- oder Wählervereinigung zieht daher in die Bürgerschaft ein, wenn sie mindestens in einem Wahlbereich mindestens 5% der Stimmen erhält. Seit 2011 gilt in Bremen ein Wahlsystem, bei dem jeder Wahlberechtigte 5 Stimmen auf Listen bzw. darin verzeichnete Bewerber verteilen kann. Modellprojekt in leichter Sprache Die Wahlbenachrichtigungen für die Bürgerschaftswahl 2015 wurden auch in leichter Sprache verfasst. Ebenso wurden Muster-Stimmzettel mit einem Begleitschreiben in leichter Sprache verschickt. Zur Begründung sagte Innensenator Ulrich Meurer, alle klagen über die niedrige Wahlbeteiligung, aber wenn man daran etwas ändern will, muss man auch was tun. Im Jahr 2012 hatte die CDU ein Modellprojekt zur Einbindung von Menschen gefordert, für die auch Texte der bremischen Bürgerschaft schwer zu verstehen seien. Das Büro für leichte Sprache, der Lebenshilfe, das außer den amtlichen Wahlunterlagen auch die Wahlprogramme von SPD und Grünen entsprechend übersetzt hatte, verkündete ein wegweisendes Projekt, mit dem Bremen in die Annalen der Geschichte eingehen werde. Ebenso legte die Linkspartei eine Wahlbroschüre in leichter Sprache vor. Ein Bildungsexperte der Universität Bremen bewertete den Ansatz dieses Projektes als bildungsfeindlich. Hinter dem Dienstleistungsangebot vom Büro für leichte Sprache übersetzt wurden etwa Webseiten für Bürgermeister, Rathaus und Statistisches Landesamt verberge sich Klientelismus. Die vorgenommenen, verfälschenden Vereinfachungen führten in die Irre. Lesen sich wie Parodien auf behinderte Menschen und seien damit schlimmer als Realsatire. Arbeitslosenvertreter kritisierten, es liege nicht an, bildungsferne. Wenn insbesondere HCV-Beziehende sich ausgegrenzt und schlecht vertreten fühlten und nicht mehr zur Wahl gingen. Der Senat dürfe aber nicht erst bei der Bildung sparen, dann den Staatsbürger mit Deppen Deutsch ansprechen. An der historisch niedrigen Wahlbeteiligung gab Kanzlerin Merkel, SPD und Grünen die Hauptschuld. Bürgermeister Börnsen trat nach dem schlechtesten Wahlergebnis der SPD aller Zeiten, trotz knapp verteidigter Mehrheit zurück. Ausgangssituation Mit der Bürgerschaftswahl 2011 wurde die seit 2007 bestehende rot-grüne Koalition fortgesetzt. Die SPD kam insgesamt auf 38,6 Prozent und verzeichnete einen Zugewinn von 1,9 Prozentpunkten. Die Grünen konnten ihr Ergebnis mit Zugewinnen von 6,0 Prozentpunkten auf 22,5 Prozent steigern. Einen Stimmenrückgang von 5,2 Prozentpunkten verzeichnete die CDU. Sie erreichte 20,4 Prozent. Die Linke konnte die 5-Prozent-Hürde nur im Wahlbereich Bremen überschreiten und kam insgesamt auf 5,6 Prozent bei Verlusten von 2,8 Prozentpunkten. Auch die BIW konnte mit 3,7 Prozent erneut in die Bürgerschaft einziehen, bei einem Zugewinn von 2,9 Prozentpunkten. Sie überwand die 5-Prozent-Hürde wie bei der vorherigen Wahl nur im Wahlbereich Bremerhaven, wo sie auf 7,1 Prozent kam. Die FDP verzeichnete einen Stimmenrückgang von 3,6 Prozentpunkten und kam auf 2,4 Prozent. Sie verpasste den erneuten Einzug in die Bürgerschaft in beiden Wahlbereichen. Den Einzug in die Bürgerschaft verpassten die erstmals angetretene Piratenpartei mit 1,9 Prozent und die NPD mit 1,6 Prozent. Alle übrigen Parteien kamen auf jeweils weniger als 1 Prozent der Stimmen. Die SPD verlor 2013 einen ihrer ursprünglich 36 Sitze durch den Wechsel von Martin Kurul nach Rücker für die verstorbene Renate Möbius zu den BIW, die dadurch einen Sitz hinzugewannen. Die Alternative für Deutschland trat erstmals zu einer Bürgerschaftswahl in Bremen an. Bei der Bundestagswahl 2013 waren auf die AfD im Land Bremen 3,7 Prozent der Zweitstimmen entfallen. Bei der Europawahl 2014 hatte sie 5,8 Prozent der Stimmen erreicht. Kandidaturen Spitzenkandidaten der in der Bürgerschaft vertretenen Parteien Punkt, 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 Punkt Spitzenkandidaten nicht in der Bürgerschaft vertretener Parteien Punkt, 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 Punkt Wahlvorschläge konnten von Parteien und Wählervereinigungen eingereicht werden. Folgende Parteien wurden zur Wahl zugelassen. Parteien und Wählervereinigungen, die nicht im Deutschen Bundestag oder in der Bürgerschaft aufgrund eigener Wahlvorschläge vertreten waren, mussten ihre Beteiligung bis zum 2. Februar 2015 beim Landeswahlleiter anzeigen. Sie mussten weiter bis zum 2. März 2015 die Unterstützungsunterschriften von 1 Promille der Wahlberechtigten vorlegen. Die Kreusel-Partei Hude-Wüsting hatte eine Beteiligungsanzeige eingereicht, wurde aber aus formalen Gründen nicht anerkannt. Die vier Tage verspätet eingereichte Beteiligungsanzeige der Sustainable Union wurde zurückgewiesen. Bündnis 21, RRP, NPD und arme Leute Wählervereinigung wurden als Partei bzw. Wählervereinigung anerkannt, reichten aber für den Wahlbereich Bremen keinen Wahlvorschlag ein. Neue Liberale und ÖDP haben vor der Entscheidung des Wahlbereichsausschusses für die Stadt Bremen ihre Wahlvorschläge für die Bürgerschaft zurückgezogen. Themen Schwerpunkte der Wahlprogramme SPD, Grüne, CDU, Linke, BW, FDP und AfD setzen in ihren Wahlprogrammen unterschiedliche Schwerpunkte. Für die SPD steht die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Bremen und der Hafenwirtschaft an erster Stelle. Dabei ist die Weservartiefung ein wichtiger Baustein für die SPD. Außerdem soll der Bau eines Offshore-Terminals die Stellung Bremens in der Windenergie sichern. Mit einem Masterplans-Industrie will die SPD die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft weiterentwickeln. Daneben stehen der Kampf gegen Dumpinglöhne und prekäre Beschäftigung sowie die Förderung von sozialer Teilhabe, soziale Stadtentwicklung u. a. durch mehr sozialen Wohnungsbau und eine gute Bildung für alle im Mittelpunkt des Wahlprogramms. Des Weiteren fordert das Programm eine bürgernahe und leistungsfähige Polizei und die Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung. Das Leitbild des Programms der Grünen ist die sozial-ökologische Stadt. Durch einen weiteren Ausbau des öffentlichen Verkehrs sowie der Fahrradwege soll Bremen vom Autoverkehr entlastet und eine Verkehrswende eingeleitet werden. Mit Maßnahmen zum Lärm- und Klimaschutz soll die Lebensqualität verbessert werden. In der Bildungspolitik wird eine Qualitätssteigerung im Bildungswesen, eine Verbesserung der Inklusionsangebote an Schulen und mehr Bildungsgerechtigkeit angestrebt. Die Förderung der Windenergie durch den Ausbau der Offshore-Technologie sowie die Unterstützung kleinerer und mittlerer Unternehmen stehen im Mittelpunkt der Wirtschaftspolitik. Eine Vertiefung der Weser wird abgelehnt. Die CDU setzt in ihrem Programm die Schwerpunkte in den Bereichen Wirtschaft, Finanzen und Verkehr, Bildung und Armutsbekämpfung. Sie will durch neue Gewerbeflächen und einer Förderung öffentlich-privater Partnerschaften die Investitionsquote erhöhen. Sie unterstützt das transatlantische Freihandelsabkommen und die Weser-Fertifung. Im Bildungsbereich stellt das Programm den Kampf gegen Unterrichtsausfall und den Erhalt der Vielfalt des Schulwesens in den Mittelpunkt. Bei der Bekämpfung der Kriminalität stellt die CDU Opferschutz vor Täterschutz und fordert eine Ausweitung der Videoüberwachung. Mehr Stellen für die Polizei und präventive Angebote bei der Jugendkriminalität. Sie setzt sich für spezielle Programme für Schulabbrecher und Alleinerziehende sowie ein verpflichtendes Vorschuljahr ein. Damit sollen die Bildungschancen verbessert und die Armut eingedämmt werden. Die Linke tritt für einen demokratischen Sozialismus ein und sieht in einer sozialen Spaltung und einer hohen Armutsquote das Hauptproblem. Sie will sich auf die Bekämpfung von Armut als Querschnittsaufgabe konzentrieren, besonders in den Bereichen Bildung, soziale Infrastruktur und öffentliche Daseinsvorsorge. Sie will die Privatisierung kommunaler Aufgaben und Einrichtungen rückgängig machen und befürwortet die weitere Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Sie will eine aktive Arbeitsmarktpolitik durch die Schaffung öffentlicher Beschäftigung und die Einhaltung bzw. Ausweitung des Mindestlohns. Zudem soll mehr Personal in sozialen Einrichtungen eingestellt werden. Die Partei fordert die Abschaffung von Sanktionen beim Arbeitslosengeld II und eine repressionsfreie Grundsicherung von 1.050 Euro. Die BIW fordern eine geistig-moralische Wende zur Bewahrung konservativer Werte und bürgerlicher Tugenden. Ihr Schwerpunkt liegt bei der Verbrechensbekämpfung. Die Kriminalität soll mithilfe einer handlungsfähigen Polizei und verstärkter Videoüberwachung sowie durch eine Rausche und konsequente Sanktionierung von Straftätern eingedämmt werden. Die Zahl der Polizisten soll deutlich aufgestockt werden. Außerdem sollen freiwillige Sicherheitswachten Täter abschrecken und Verbrechen verhindern. Im Bildungsbereich will die Partei zu einem gegliederten Schulsystem mit Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien zurückkehren. Die Abschaffung von Klassenwiederholungen soll rückgängig gemacht werden und Schülerinnen und Schüler sollen einheitliche Schulkleidung tragen. Auf dem Gebiet der Wirtschafts- und Finanzpolitik bekennen sich die BIW zu einer gezielten Förderung des Mittelstandes und zur Einhaltung der Schuldenbremse. Die FDP fordert die Einführung eines Bürgergeldes als Grundsicherung und die Abschaffung des Bremer Mindestlohngesetzes. Arbeitsseinschränkungen für Zuwanderer sollen gelockert bzw. aufgehoben werden. Die FDP tritt für Bürokratieabbau und eine investitionsfreundlichere Politik ein. Sie begrüßt die Schuldenbremse als finanzpolitisches Instrument. Im Bereich der öffentlichen Sicherheit fordert die FDP eine Personalaufstockung der Polizei, lehnt dagegen Waffenverbotszonen und Videoüberwachung ab. In der Bildungspolitik spricht sie sich für ein leistungsorientiertes Schul- und Bildungssystem aus, bei dem Gymnasien weiterhin das Abitur nach der 12. Jahrgangsstufe ermöglichen sollen. Die FDP möchte zudem die Inklusion in der gesamten Gesellschaft fördern. Hochschulen sollen in ihren Entscheidungen über Forschungsschwerpunkte und Personal frei sein. Die AfD setzt ihre Schwerpunkte in den Bereichen innere Sicherheit, Migration und Bildung. Bei der Kriminalitätsbekämpfung setzt die AfD auf eine konsequentere Strafverfolgung sowie die Rückführung straffällig gewordener Ausländer. Sie lehnt Asylmissbrauch ab und tritt für klare Regeln in der Zuwanderungspolitik ein. Dabei sollen sich Zuwanderer an der deutschen Kultur als Leitbild orientieren. In der Bildungspolitik befürwortet die AfD die Beibehaltung des gegliederten Schulsystems. Weitere Forderungen sind die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, insbesondere für Familien. Eine mittelstandsfreundliche Wirtschaftspolitik sowie eine Stärkung direktdemokratischer Verfahren. So soll es bei Volksentscheiden kein Mindestzustimmungsquurm geben. Das dominierende Thema der Bremer Politik sind die Finanzen des Landes. Das Bundesland hat mehr als 21 Milliarden Euro Schulden. Ab 2020 gilt die Schuldenbremse auf Länderebene. Die SPD will die finanzielle Grundlage Bremens durch höhere Spitzensteuersätze, Erbschafts- und Vermögenssteuern und der Finanztransaktionssteuer verbreitern. Die Grünen setzen auf erfolgreiche Verhandlungsergebnisse für Bremen beim Länderfinanzausgleich. Die Einführung einer Straßenreinigungsgebühr und den Erwerb von Steuersünder CDS. Die CDU unterstützt einen Allschuldentilgungsfonds. Gleichzeitig sieht sie in der Abschaffung von Doppelstrukturen in der Verwaltung weiteres Einsparpotenzial. Die Linke lehnt die Schuldenbremse ab. Stattdessen fordert sie höhere Ausgleichszahlungen aus dem Länderfinanzausgleich, eine Allschuldenregelung, eine Vermögensabgabe und höhere Steuern für Unternehmen und einkommensstarke Bürger. Die BIW will UAR auf Prestigeprojekte verzichten, neue Einwohner aus den benachbarten niedersächsischen Kommunen anwerben und Steuer- und Sozialbetrug härter bekämpfen. Um öffentliche Ausgaben zu senken, strebt die FDP-Kürzungen im Haushalt und die Privatisierung von staatlichen Einrichtungen wie Flughäfen und Parkhäusern an. Durch flexiblere Ladenöffnungszeiten möchte sie außerdem den Tourismus stärken. Die Piratenpartei lehnt die Schuldenbremse ab und fordert eine Vermögensabgabe. Um zusätzliche Steuereinnahmen zu erzielen, möchte sie den Besitz jeglicher Rauschmittel und den Verkauf von Cannabis legalisieren. Die AfD will die Verschuldung Bremens durch Teilprivatisierungen von öffentlichen Einrichtungen, die Kürzung von Personalausgaben und die Ausgabe einer Bürgeranleihe senken. Für die Schulen in Bremen wurde 2009 parteiübergreifend ein Bildungskonsens vereinbart, der bis 2018 gilt. Dies bedeutet, dass zum Beispiel die Gymnasien erhalten bleiben. Traditionell ist die SPD für die Abschaffung der Gymnasien. Die CDU sieht sie als unverzichtbar an. Die Grünen haben sich dabei nicht festgelegt, sondern wollen eine Bewertung der Entwicklung in den vergangenen acht Jahren vornehmen. Die SPD will den muttersprachlichen Unterricht und die Mehrsprachigkeit fördern, das Ganztagsangebot ausbauen und interne Unterrichtsqualitätsprüfungen vornehmen. Die Grünen wollen die Sprachförderung verbessern, ein Qualitätsmanagement einführen und einen gemeinsamen Bildungsplan für Kindergärten und Grundschulen erstellen. Die CDU will eine Unterrichtsgarantie einführen, mehr Ganztagsschulen und mehr Sprachförderung in den Kindergärten. Die Linke beabsichtigt, in ärmeren Stadtteilen den Unterricht mit zwei Lehrkräften durchführen, die Sprachförderung ausweiten und Oberschulen und Gymnasien zu einer Schule zusammenlegen. Die BIW will eine Kindergartenpflicht für Kinder mit Sprachdefiziten, die Oberschulen zugunsten von Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien auflösen und Kopfnoten in Grundschulen. Die FDP will längere Kindergartenöffnungszeiten, handwerklichen und wirtschaftlichen Unterricht stärken und moderne EDV für Schulen. Für einen höheren Bildungsetat, kleinere Klassengrößen und mehr Sonderschulpädagogen an den Schulen will sich die Piratenpartei einsetzen. Die AfD befürwortet die Beibehaltung des gegliederten Schulsystems, eine Entideologisierung der Erziehung sowie eine stärkere pädagogische Hinwendung zur deutschen Identität. Durch eine einheitliche Schulkleidung soll das Gemeinschaftsgefühl in den Schulen gestärkt werden. Umfragen Für die Sonntagsfrage gaben die Meinungsforschungsinstitute folgende Ergebnisse an. Für die Frage, wen die Bürger direkt zum Bürgermeister wählen würden, gaben die Meinungsforschungsinstitute folgende Werte an. Wahlergebnis Land Bremen gesamt nach dem amtlichen Endergebnis lag die Wahlbeteiligung bei 50,2%. Alle Angaben in Prozent nach Angaben des Statistischen Landesamts Bremen. Alle Angaben in Prozent nach Angaben des Statistischen Landesamts Bremen. Alle Angaben in Prozent nach Angaben des Statistischen Landesamts Bremen. Fehler und vermutete Manipulation bei Wahldurchführung. Nachdem Unregelmäßigkeiten bei der Stimmenauszählung bekannt geworden waren, klagte die Partei Alternative für Deutschland erfolgreich vor dem Verwaltungsgericht und dem Oberverwaltungsgericht Bremen auf Einsicht in die Wahlunterlagen. Bei der Durchsicht von 20.000 der 34.000 abgegebenen Stimmzettel bestätigte sich der Verdacht auf eine fehlerhafte Auszählung und falsche Eintragung mancher Stimmen. Daraufhin legte die AfD am 28. Juli 2015 beim Bremer Wahlprüfungsgericht ein Spruch gegen die Gültigkeit der Bürgerschaftswahl ein. Das Wahlprüfungsgericht, das beim Verwaltungsgericht Bremen angesiedelt ist und aus zwei Verwaltungsrichtern und fünf Bürgerschaftsabgeordneten besteht, überprüfte im Dezember 2015 alle strittigen Stimmzettel und stellte fest, dass einige Stimmen für die AfD anderen Parteien zu erkannt wurden. Ähnliche Fehler geschahen zulasten anderer Parteien. Bei der Bewertung der Gültigkeit oder Ungültigkeit von Stimmzetteln kam das Wahlprüfungsgericht teilweise zu anderen Schlüssen als die auszählenden Wahlvorstände, die mit wahlberechtigten Gymnasialschülern im Alter zwischen 16 und 18 Jahren besetzt worden waren. Zum Beispiel wurde ein abgegebener Musterstimmzettel mit Kreuz bei den Grünen fälschlicherweise als richtig gewertet und eingetragen. Das Wahlprüfungsgericht sah aber keine Anhaltspunkte für absichtliche Manipulationen. Der Vorsitzende Richter, Verwaltungsgerichtspräsident Peter Sperlich, sagte während der zweitägigen Verhandlung, es könne passieren, dass Wahlhelfer beim Eintragen von Stimmen in den Auszählungskomputer in die falsche Spalte geraten. In der Verhandlung vor dem Wahlprüfungsgericht kamen auch mögliche Fehler bei der Durchführung der Wahl zur Sprache. In einem Wahlbezirk waren Wahlberechtigte, die nur ihre Wahlbenachrichtigung vorwiesen, aber nicht den Personalausweis zurückgewiesen worden. In der Verhandlung blieb aber offen, ob die Abweisung tatsächlich rechtswidrig war. Nach Ansicht von Landeswahlleiter Jürgen Weyand war sie zulässig. Durch die Korrektur des Wahlprüfungsgerichts überschritt die AfD die 5%-Hürde in Bremerhaven. Das Wahlprüfungsgericht beschloss, dass die AfD einen weiteren Sitz im Landesparlament erhält und die Abgeordnete Petra Jeschke deshalb ihr Mandat verliert. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Bei der parallel durchgeführten Wahl zur Bremerhavener Stadtverordnetenversammlung war es ebenfalls zu Fehlern und in einem Fall auch zu einer Manipulation gekommen. Wegen der Fehler werden auf Betreiben der Wählervereinigung Bürger in Wut alle Kommunalwahlzettel im Januar 2016 noch einmal ausgezählt. Das Wahlergebnis änderte sich dadurch jedoch nicht, die BIW verlor sogar einige Stimmen. Wahlfälschung ist in Deutschland nach 107 A StGB strafbar.